Ja, super. Na dann auf. Das sind doch Maulke seine Lücke im Spiel, ne? Ja, super. Das war's. ist klar du läufst wieder unten lang ernsthaft weißt du das boteck neben mir dein kopf hat rausgucke egal wo ich stehe der findet immer noch über die lücke mich zu holen ich hab grad den wie erschossen sie klack voll geradeaus auf den dach ach natürlich da steht er dann und kämpft in der ecke weißt du ich sehe doch nicht mehr was ein jump alter alter das ist nicht wahr da steht die da steht die eisgeld in der ecke da stehst du ja kämpferschwein hinter der scheiß palette weißt du steht joshi mit der vor allem das war jetzt böse und auch selber aus der ecke auf jaja morgens was willst du denn bei mir man da kommt auch wieder mit dem fahrzeug vorbei der liebe morgens ne wir denken natürlich ich gehe jetzt mal eine runde schwimmen das ist das war gefallen ja ich bin runtergesprungen dann erstmal unter dem dix gelandet weiß nicht jetzt hat er mich hat die ablenkung geklappt das hat natürlich muss ich da wieder rein sagst du das auch immer zu spenden ja öfters mal wenn er dann mal wenn er dann wieder will und ich nicht rede habe oder sie ja da muss ja schon wieder rein mensch baby was machst du denn hier da rennt die mir genau in die pistole rein ist doch wer sollte es auch sonst sein wenn wieder markus weil wir einfach mal nicht mitbekommen hat das kann im auto komplett über den drüber geflogen ja get up Na, das ist nicht wahr, oh Mann, hör doch um sich einzumischen. Weißt du, da stehen zu zweit, weißt du, da guckst du gar nicht in den Rücken, was passiert, da kommt er noch um die Ecke, weißt du. Oh, wer war's, der Weihnachtsmann, das ist nicht wahr, ey, das ist egal, der stirbt nicht, auf dem Kopf, egal, interessiert euch nicht. Aua! Ja, dann geh halt tauchen, egal, Mist, jetzt stehen schon zwei LKWs hier, und viele sind mit dem Markus gekommen, ne. Das ist nicht wahr, zu zweit stehen die da, weißt du, der schild in der Ecke, und Baby kommt er in die Ecke, dann wirst du noch hinter den Rücken weggeschossen, ey, das ist zum Kotzen. Oh, das war die Munition, alle! Ich hätt mal ahnen sollen! Oh, Baby, das war jetzt richtig. Kevin, du bist doch nicht so der Typ dafür, dass du hier mal ganz schnell was übernimmst, oder? Bei dir hat's geklappt, aber... Ah, keine Ahnung. Da war der Markus. Ja, er ist schon wieder mit dem Auto gekommen. Ich bin niebekommen. Jetzt huckt er noch ins Wasser. Das will ich, dass du vorhin mit dem Schwimmen. Ja, das ist halt, der spricht dann lieber ins Wasser, also er geht das mal tauchen, weißt du? Das ist... Weißt du, da steht der Gegner vor dir, du machst doch ein Visier. Was interessiert, der haut es links in die Wand, weißt du? Aua! Oh, er ist mit dem Kopf voll in die Wand geknallt, ey! Der schießt irgendwann mit dem Revolver rum. Wolltest du mir gerade mal punktstreitig machen, Fräulein? Ich doch nicht. Ich weiß gar nicht, wie du da rauskommst. Aua! Als wenn sie einen Geist spielt, ich weiß nicht, wie du da rauskommst! Aua! Oh Gott, was wollen wir das? Das wollte ich nicht. Da, Markus, aber jedes Mal, sobald es irgendwas gibt mit irgendwelchen Rädern dran, ist auch der Beine. Dann fährt er hin zur Baustelle, steigt aus und folgt den Schneekönig. Okay, kriege ich mir noch. Aber ich... Ich komme momentan nichts weiter, Alter! In letzter Minute nimmt mir Baby noch den Sieg weg, Alter! Ich komme heute nicht auf Grünzweig, ich gewinne nichts momentan. Ich bin genau das Letzte jetzt gerade. Mal regelmäßig. Guck mal, Baby gewinnt diese Woche richtig, ne? Weil sie letzte Woche ausgesetzt hat, hat sich gesagt... Was weißt du, warum die ausgesetzt hat? Weil die heimlich geübt hat. Wahrscheinlich nicht. Ich sag mal, ich hab was vor und dann übe ich heimlich und dann ziehe ich die nächste Woche alle nackig. Na, haben wir nicht letzte Woche mitten im Spiel? Geh mir, guck mal, wer ist da online? Ja, genau deswegen. Baby war online! Woooo! Der hat den Stream zugeguckt und hat sich gedacht, na gut, der macht das immer so und so, okay, dann mache ich das so und dann... Genau so mache ich das. Der Kevin ist sowieso ne Randgruppe. Ich verliere heute mal... Heute ist echt nicht mein Tag. Sehe ich jetzt aus? Yay, Kaart! Hast du wieder Bordsteiner eingesammelt, oder wie ist denn das? Wirst du gleich sehen. Ist ja jetzt schon kam... Alter! Aua! Ah, toll! Keiner wollte mitwetten. Ich hab bei mir auch Baby gewettet, weil die EE heute alles gewinnt. Oh, das wird knapp aufhören mit der Kurve. Verdammt, jetzt hab ich keine Waffen. Doch, du kannst Haftbonden fallen lassen. Banane, das rote Panzer. Das wäre auch mal die Idee. Habt ihr alle den Switch? Ah! Ich hab eine Runde, eine Runde, eine Runde Mario Kart. Dann würde ich lieber Mario Party spielen, das ist lustiger. Hab ich auch, glaube ich noch. Komm, wo man weg ist, Mario Party? Was für die Switch halt? Ja, das neue oder das alte... Ich glaub, das war trotzdem das Mario Party lustiger. Könnte man ja mal überlegen. Also, ich weiß nicht, wie... Ich glaube aber nicht, dass wir alle in der Switch haben, oder? Nee, ich hab keine Switch. Sie, sie sag die Nutzung stöhlich. Ja, guck mal auf, ne? Wird's schwierig, aber ich geh... Ich hab die... Dann gibt's ja auch die Saman Gossen, ne? Die Switch. Lass mich raten, am August wieder ganz vorn? Natürlich. Der cheatet auch, der zieht auch ungebremst weg. die da empfehle schwänze maurice nur sie ist weg also bis jetzt hat baby noch nichts dazu gesagt das sind die details der möchte sich nicht äußern das ist ihr peinlich oder mundvoll weißt du hast du dich schon oh das hört sich gut an ich hasse google ich kann ja noch stehen bleiben und dann weiß ich nicht stehen bleiben verstehe ich jetzt nicht weil es kann also nicht bis so ist die position 4 von 4 bis dritter jetzt weiter wie es vor mir ich bin dritter ich weiß dass du dritter bist ja ich hab's wieder den kevin gezeigt von hinten habsen gegeben ich komme heute nicht auf den grünen zweig ich bin gerade nichts aber kevin guck mal du hast doch was schönes von mir gekriegt nach australischen shoppen schicksal für die schiffe angezogen ja weißt du die jetzt gleichste so zugeknüpfte ich die gegend weißt du bist zweiter jawohl aber weißt du warum da markus gesagt hat und ich hätte es mal bekannte genau richtig du hast du genau erwischt oder wenn ich sehe da muss man ne also ich bin stolz auf dich ne ist noch nicht leichter fremd war ok baby so komisch wir wissen alle warum weil sie eh halbisch gewonnen hat sie fühlt immer noch den austral ich muss mal sagen nach fünf spielen noch so knapp aneinander ist eigentlich auch selten gewesen echte jetzt schon wieder das gebiet